So, Dienstag. Hier ist der Torbizan und heute machen wir eine Challenge für die Beine. Heute ist Lenkweg. Wir machen Squats. Ich mache die mal fort. Stellt euch schulterbreit hin. Rücken ist gerade. Ihr habt euch natürlich dran gemacht. Ihr geht zurück 90 Grad und kommt nach oben. Rücken ist gerade, Kopf ist in Verlängerung der Brustliebesäule. Wenn ihr nach oben kommt, atmet ihr aus. Und das merkt ihr, das ist jetzt Gesäßmuskultur. Gluteus Maximus. Jawohl. Und Beine. Und da ist ein großer Muskel ist, verbraucht er viel Sauerstoff. Das ist auch eine Übung, die für die Lungen funktionieren. Top ist. Noch drei, seht ihr. Kommt tief runter. Zwei. Und eins. Verschiedene Levels stehen runter. 25, 50 und Level 3 sind 100 Wiederholungen in drei Serien. Macht 30 Sekunden Pause und dann wisst ihr, was ihr gemacht habt. Wir sehen uns morgen.